Hallöchen YouTube, hier ist wieder euer Megayazonsmeet, lol! Ja, und ich bin auch da, der Killer-Schlump, jawohl! Ja, wie ihr seht, ich hab wieder die süße kleine Annie mit ihrem Tipperchen. Ich hab Viertelsteaks, den Gespenster, hu 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 hu. Ja, äh, Jan, da ist er hier, der Noob in der Runde, ist aber nicht schlimm. Ja. Jan geht mit Annie in der Mitte, ich werde mit Viertelsteaks junglen und Jan ab und zu helfen, weil so gut ist Jan auch nicht leider, ist ja nicht schlimm. Ja, danke. Obwohl ich in einer Runde neulich mal 6 Kills geschafft habe. Das ist nicht, das ist doch gut. So, ich glaube, Trynda geht, also Trynda geht, glaube ich, Bot, Lucian geht, glaube ich, mit Sona Bot, glaube ich. Ja. Irgendwie hatten sie irgendwas geschrieben, das war ein bisschen Wirrwarr. Ja. Wurde erstmal diskutiert, wo ich hingehen sollte. Ja, irgendwie haben die sich aufgeregt, weil Jan anstatt, ähm, na, Entzünden, Wiederbeleben drin hatte. Ich hab heute noch keinen. Ja, das ist deshalb ab Stufe 5, 8. Ach. Ach, stimmt, du bist 5, erst ab 8, genau. Ja. So, ja, Gegnerteam bei uns, wie ihr seht, sehr super. LeBlanc, Ari, Udia und Blitzcrank, ich denke mal, in der Mitte geht entweder Udia oder Ari. Ja. Und in den Jungle geht Crank oder Yi, das ist dann scheiße für mich. Also, Crank krieg ich hin, aber Monster Yi, das wird nichts. Das weiß ich. Ja. Also, ich hoffe, die sind gleich so ein bisschen teamfähig, weil ich brauche nicht immer Hilfe beim blauen Band, weil alleine geht das immer ein bisschen schwierig. Dabei werde ich dir auf jeden Fall nicht helfen. Kannst du auch nicht, weil du bist eigentlich nur, äh, rein AP-mäßig drin, ne? Ja. Welche Fähigkeit machst du immer zuerst? Ich mache auf Kudi zuerst. Das war der Feuerball, richtig? Ja. Genau. Hm. Der schöne, nette Feuerball. Und danach, was machst du dann? Hm, danach kommt die Attacke auf E. Auf E? Also, ich habe mit Andy immer... Ja, W meine ich, W, W, W. Ich habe mit Andy immer Q, W, Q, E und dann die Ulti. Oh. Oh, der hat ja auch eine Bambusleitung, ja? Hier, dieser Blitzcrank, der Breed... Oh, der macht es über sein Handy. Die andere Leute in der Schule mit dem Bettefeet halt. Und die haben Langeweile. Einfach nur Langeweile. Ja, die Leute haben Langeweile. Ich. Jetzt werde ich angerufen, aber ich habe irgendwie keine Lust ranzugehen. Bitte nicht von der einen, oder? Nein, doch, genau von der. Melanie? Ja, aber ich habe auch kein Bock auf die. Och, kommt schon, das sollten die Leute mal hören. Nein, das wird uns doch mal eh nicht. Och, schade. So. Okay. Jan, was kommst du dir als erstes immer? Ähm, ich hole mir... Ich muss mal kurz überlegen. Empfehle mir doch mal gerade was. Ja, da Andy ja rein AP-mäßig ist, würde ich sagen, geh ein bisschen auf Mardarek. Das heißt, ich empfehle dir, mach ich es mir immer so, kauf dir zu Erx den verstärkten Wälzer und baue dann aus zum, ähm, Morell, ach, keine Ahnung. Ich kann es nicht aussprechen, ich bin zu faul. Ja. Diesen, diesen roten Duden. Duden vor allem. Boshafter Codex? Genau, Boshafter Codex. Und wenn du da drauf klickst, dann hast du nochmal oben nochmal so'n, so'n Buch zu liegen. Morlemonikon? Ja, genau. Und darauf baust du hin. Das ist für Mardarek, Fähigkeitsstärke und deine Attacken haben eine geringere Abklingzeit. Minus 20%, das ist schon ganz ordentlich. Ja, genau. Hat jemand Tibbers gesehen? Och, die Sprüche immer. Ja. Feuer, Mond und Sterne. Ne, warte, wie war das? Ich hätte noch einen schönen, Feuer, Mond und Sterne brennen mögen deine Gedärme. Och, drunter hilft mir, das ist aber nett. Ha, ha, ha. Und unten, oh mein Gott. Ari ist unten, schon am Gange. Ich spiel nie mit Streichhölzern. Och du Scheiße, was hab ich denn gemacht, ich Idiot. Och ja, nee, oder? Hier hast du heiliget, oder? Du bist doch an Vollpfosten. Ja, verklickt. Ja, ja. Noob. Noob, 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 noob. Nein, Spaß. Ja, ich wollte laufen und bin... Ich hab zu viel Battlefield am PC gespielt im Moment. Ja, ich hab's für den PC, ich werd auch bald nochmal was damit machen. Battlefield auf dem PC macht keinen Spaß, hab ich schon probiert, ist langweilig. Und pass auf, du hast Morsa hier als Gegner. Oh, da werd ich kapkacken, oder? Oh, nö. So, blaue Band hab ich schon mal, das ist schon mal gut. Warum können wir nicht einfach alle freundlich miteinander umgehen? Weil die schwarz sind. Keine Ahnung. Äh, was das ist? Ist nicht schlimm. Komm, wir sind alle irgendwo. Oh, keiner ist im Jungle, das ist gut. Zu Hause. Wenn ich wüsste, welches Level die alle sind, kannst du nachgucken. Lol, Nexus. Okay. Das ist eine Seite, da gibst du deinen Namen ein, während du spielst, und dann zeigen die dir an, welches Level deine Mitspieler sind. Ich wüs. So, mal gucken, welches Level sind denn die alle? Na super. Zeig mir nichts an, Arschloch. Weiß nicht gestorben, du? Nein. Ja, guck mal, wie gut ich bin. Ja, war es nicht der First Kill? Ja, man bin ich super. Ja, das war gut. Man bin ich super, stolz auf mich. Ja, total, Jan. Total. Ja, ich bin der Best. Ja, genau. Ja, wie hat Halt dich mit Annie immer schon am Tower, dass Marcei, wenn er nicht angreift, gleich von Tower angehittet wird? Marcei, die mache ich schon gerade fertig. Ja, fertig nennen wir es nicht wirklich fertig, er kann sich Halt, das ist ja hoffentlich klar. Ich habe ihn schon zur Hälfte rum da gemacht. Ja, aber der kann sich trotzdem halt mit seiner E-Fähigkeit. Oh, fuck. Zurück. Genau, immer schon am Tower halten. Ja, ich werde ihn gleich mal ganken, wenn ich lustig bin. Du bist lustig. Hihi, du bist lustig. Oh, jetzt komm, ich brauche meine Kuh-Fähigkeiten, das wird halt nicht. So. Ja. Level 4, oh, okay, das wird schwierig. Ey, echt so schön, Mann. Ähm, eben schöne Runde. Oh, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Crisis. Oh. Oh. Was war so schön, mal wieder nach drei, vier Monaten zu spielen. Werde ich auch natürlich hochstellen, ich weiß nur nicht ob, oder... Dann geh mal ein Stück zurück. Ja. Lass dich kurz zurückfallen. Dass der zum Tower vorkommt. Warum? Weil ich ihn jetzt von hinten rangehe. Er hat's gemerkt, glaube ich. Nee, kann auch nicht. Komm hervor und seine Kuh-Fähigkeit, die brauche ich immer gleich. Scheiße, nicht geklappt. Schade. Vorsicht, er kommt. Ja, lass dich zurückfallen. Ja, ich spiel nie mit Streichhölz und du? Ständig. So, macht das Leben kein Spaß. Hm. Aufdach, deine Fähigkeiten. Los, 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 ich hab'n... Ja, mach' ich ja schon. Ich bin nur langsam. Okay. Doch, ich bin langt, Tate. Hm. Ho, ich mach' gleich mal der Ulti auf den Basalen. Na, nicht gleich, also noch zwei Level ja nicht, bitte dich. Ja. Oh. Ja, ein bisschen zurückfallen wäre schön. Ja. Ja, würde ich gerne. Ich würde gern ganken. Ja, sind wir schon da. So, jetzt werden wir hier mal ein bisschen Blitzcrank erbern. Ja, Tebasgut sehen. Ich glaub' die. Ja, voll die Angreiftaktik. Ach, scheiße, ich missfortunig habe die, mit der kann ich gut. Und dann spart doch auf die. Ja, mach' ich auch grad die, ist aber immer noch zu toll für mich. Achso, das ist natürlich schlecht. Und ich hab's blau-Band nicht mehr. Nein. Das ist schlecht, weil jetzt krieg' ich mich keinen Mana mehr zurück. Das ist gut. Also ich mein', ich kann sie jetzt einsetzen. Also ich kann sie einsetzen. Äh, warte mal. Weil ich hab' nämlich grad so eine Idee. Wenn ich jetzt sage, dann setz du deine Ulti auf den. Ich geh' außenrum, weil ich kann... Ich hab' noch zu wenig Mana im Moment. Gut, weil ich kann den nämlich, ähm, verlangt oder kurz verwirrt machen. Dann kannst du deine Ulti draufsetzen und dann ich noch ein bisschen was und hast du dann den Kill, hoffe ich. Ich brauch' 100 Mana. Mir fehlen noch ein paar. Okay, wie viel Gold hast du? Tausend. Beinah. Okay, wenn du tausend hast, dann gehst du mal zurück. Dann portest du dich kurz mal zurück. Bin ich jetzt schon einfach zurücklaufen? Ne, porte dich. B, ich halte dir so lange. Wenn ich zu hinten bin, hab ich's eigentlich. Müsste ich zumindest so haben. Ja, na, irgendwie wird das schon funktionieren. Und dann sollte ich mir... Was holen? Du erweiterst auf den boshaften Kodex? Ja, das kannst du jetzt schon, weil das kostet 820, glaub' ich. Der kostet jetzt für die Erweiterung 385. Ach, stimmt. Ja, genau. Ja, genau. Und dann kaufst du dir, wenn du bei diesem Morell-Dingster-Bundler bist... Nein, links das Ding. Weil da kriegst du alle 5 Sekunden Gold. Und das ist sehr praktisch, vor allem als Annie. Wie? Ach so, muss auf den Bushaften. Ich denke, ich bin hier noch auf dem Morell-Loren. Ja, und ganz links das Item, was da ist. Wenn du's dir kaufen kannst. Das ist noch zu teuer. Aber dafür brauch ich auch erstmal wieder einen Wälzer. Die muss ich dann auch erstmal holen. Ah, okay. Gut. Den hab ich... Mir fehlen dazu noch 100 Gold zu dem Dings. Okay. Fertigkeitsstärker hab ich 50. Okay, das ist gut. Ich hab 34. Hm. Pass auf, da war Gott Leblanc irgendwo bei dir. Zum Glück nicht Lefloid. War fast lustig. Aber nur fast. Das fast reicht mir. Gut. Wie gesagt, passt gut auf. Ja, ich bin kein Angsthase. Trinder soll warten. Das war der Typ, den du gut ab... ähm... Hauen konntest, ne? Ja, mit Bitzkling bin ich klein gekommen. Schade, hat nicht geklappt. Laterne, Laterne, Feuer, Tod und Werbe. Ach, ich... What? Was los? Jan, tu mal einen Gefallen. Wenn Master Yi nicht bei dir ist, schreib mal in den Chat SS. Was ist das denn? Das ist, damit wir wissen, äh... Dass der weg ist. Jesus, crit. Ach, Mann. Wo ist es getötet, oder? Ja, na, sicher, weil du das nicht drin geschrieben hast. Wusste ich ja nicht, dass ich das reinschreiben muss. Was weiß man? Na gut, Level 5, gut. SS heißt im Prinzip, dass du, ähm... G, G, any, Gott, ach. Ja, ich bin in Höhe 5. Ja, ne, ist ja nicht schlimm. Ich muss reinschreiben, damit der das weh ist. Im Prinzip, äh, heißt SS für uns, dass der Champion nicht auf der, ähm... Was? Nicht auf der Lane ist, damit wir wissen, dass der weg ist. Dass der uns irgendwie in den Rücken fallen kann. Hm. Ist nicht schlimm, alles gut. Ja, aber ich bin doch gerade auch eben erst hierher wieder gelaufen. Ja, ist doch kein Problem. Ich mein vom Einkauf, deswegen hätte ich es nicht sehen können. Yeah, meine Frameanzahl ist sowas von geil niedrig. Keine Ahnung, ob ich gerade draufgehe oder nicht. Los, holt euch. Das kann nicht sein. Schade. Los, mein liebes Anniechen. Keine Ahnung, wo ich bin. Du bist doch mittig, da bist du doch. Ich habe gerade eine Frameanzahl von drei. Ich habe eine von 30. Entschuldigung, zwei. Das pisst mich gerade an. Okay. Hm, kann ich mir gut vorstellen. So, liebe Leute, dann muss ich es wohl wieder beenden. Was für ein Scheißdreck, oder? Nein, ist doch ein bisschen hochgegangen. Aber nur ein bisschen. Okay. Ich weiß nicht, wie ich mich... Dann beweg dich, weil sonst bist du gleich tot. Ich sehe gar nichts, habe ich schon gesagt. Ja, liebe Leute, dann muss ich ja wohl hier... Oder nee, nee, nee. Jetzt ist es auf... Es steigt wieder leicht. Nein, es fällt. Okay, Leute, man sieht sich. Zu mir, dass es nicht lang ging. Ciao. Ciao. Ciao.